Hallo und willkommen zu Sonnenhof von Dying Light 2, Stay Hue. Jetzt machen wir mal was ganz anderes wieder. Und zwar machen wir mal hier wieder Quests. So. So ist mein Leben. Tja, was soll ich sagen? Als schnellster Wasserlieferant auf den Dächern ist man halt ein Promi. Und meine Auswahl ist riesig. Ohne Kohlensäure, mit Kohlensäure, Lavendelgeschmack, Honiggeschmack, sogar Brennnesselgeschmack. Was? Brennnesselgeschmack? Brennnessel-Theo. Wer weiß. Klingt doch spannend, oder? Marketing nennt man das. Die Leute trinken es. Solange es sich hip und abgefahren anhört, reißen sie es mir förmlich aus den Händen. Bist du hergekommen, um mich herauszufordern? Soll der fabulöse Sadio den Arsch versohlen? Ich weiß, dass ich chancenlos bin, aber es wäre mir eine Ehre, von dir besiegt zu werden. Das wäre es. Wenn du bereit bist, nimm diese Flaschen und lauf. Aber pass auf, dass du dir nicht die Beine brichst. Okay. Finde mich mal spannend. Das wird dir leid tun. Scheiße, ich glaube nicht. Du machst mir keine Angst. Äh. Ach, hier sind die Flaschen. Hast du das? Was ist da? Graben wir den Wichser ein. Willkommen, Bürger. Willkommen, Bürger. Willkommen, Bürger. Willkommen, Bürger. Die sind ja alle gegen mich, hä? Du hast echt gutes Zeug. Boah, wieder 15. Komm zurück, wenn du mehr brauchst. Wer hat's noch gesehen? Ein bisschen Hilfe, bitte. Äh. Ich starte mal die Mission, ja. 2 Minuten 50. Folgen Sie den Kontrollpunkten, um das Wasser so schnell wie möglich abzuliefern und Seido-Side zu schlagen. Level 2, also das muss eigentlich klappen. Nein. Bitte, das war irgendwie schon mal komisch. Da oben. Da oben. Nein. Wieso kletterst du da? Okay. Also meistens brauche ich normalerweise zwei Versuche. Normalerweise. Es wäre halt vollkommen normal. Das hatte ich bei Dying Light 1 ja auch schon. Oh. Das kriege ich nie wieder hin. Das kriege ich nie wieder hin. Never ever. Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Verdammt. Verdammt, wie es nicht geklappt hat. Nein. Oh, verdammt. Das war jetzt auch wieder sehr, sehr, sehr scheiße. Da war nämlich auf jeden Fall ein Trampolin. Wo? Lauf! Äh. Ich drücke die ganze... Ja, okay. Das war es definitiv mit Platz 1. Das war sehr scheiße gerade von mir. Da war gerade ein Trampolin. Lauf, 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 lauf. Jetzt hält er sich da auch noch fest. Hä? Boah, boah. Vier Sekunden. Oh, Wasser und Beleuchtung. Oh. Na? Unmöglich. Absolut unmöglich. Wie hast du das denn gemacht? Hast du gemogelt? Nee. Ich bin einfach nur schneller. Das mit Sadio, der Blitz, solltest du jetzt mal abhaken. So leicht kommst du nicht davon. Ich trainiere weiter. Und du solltest das auch tun. Wir sehen uns am Wasserturm, du Narr. Am Wasserturm? Wasser und Blitze. Okay, cool. Ja. Das war knapp. Ich habe viele Fehler gemacht beim Laufen auf jeden Fall. Also, die Zeit wäre natürlich besser, aber ich habe Gold. Also, Wayne. Gut, ich hoffe, die Folge ging jetzt nicht mal wieder zu krass kurz. Erstmal, vielen Dank für's Zuschauen. Abonniert mich, gebt da oben und schreibt den Kommentar, ob euch das Video gefallen hat. Tschüss.